leben aber vielleicht ist auf dauer gesehen so besser da muss man schauen ich glaube das ist eine blöde idee wir haben so viel leben schon das ist blöd das ist ganz vergessen wir verlieren zu viel leben der teuer hier ist nicht so nützlich der ist besser der ist einfach besser hier da kann man sagen was man will die braucht man und alles andere lässt sich irgendwie regeln jetzt haben wir drei mehr verloren aber das ist scheißegal 715 brauchen wir so dann hier so schnell es geht upgraden für die stahl blooms soweit ist ok und dann müssen wir überlegen was wir machen ich brauche mehr damage aber das ist halt so ein problem so gegen stahl blooms habe ich was das passt aber wir haben zu wenig spikes jetzt werden wir viel leben verlieren ich hoffe bis 200 runter schaffen es wenigstens es ist giftig es ist verdammt giftig hier es ist nicht leicht es ist nicht leicht so dann werde ich den hier noch mehr tower geben der kann mir jetzt ein bisschen helfen mir so dass der mehr reinhaut so wir haben zwar viel verloren aber es sollte so halbwegs gehen brauchen mehr damage so so sieht es gut aus wir verlieren halt sehr sehr viele leben das ist unser problem aber was soll man machen leute was soll man machen es geht nicht anders es geht nicht anders ich probiere es ja aber es ist sehr sehr hardcore wir könnten einen zweiten von denen hier nehmen die leben sind halt das problem hier so jetzt müssen wir ein bisschen langsamer dann bauen wir den auf für die bosse hier immer schön den stärksten sorgen aber das heißt für die bosse das rechte upgrade hier natürlich das brauche ich für die keramics hier wir verlieren sehr 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 viele leben komm du musst schneller schreddern wir könnten den aber ruhig auf die stärksten lassen das ist nicht mal so blöd die idee der soll auf die stärksten genau so jetzt lassen wir den hyper 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 duper 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 saugen hier nehmen wir schon mal ein boss upgrade auch auf den stärksten falls wir es überhaupt noch überleben sieht ja im moment nicht so gut aus ja ok wir leben noch wieso greifen die keine an oh gott weil wir das upgrade hier nicht haben wow 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 so schaffen wir es nicht das sind come on flugs das ist das problem so jetzt super saugen einschalten weil sonst haben wir schon verloren soweit funktioniert es aber aber wir werden es nicht schaffen scheiße ja nicht geschafft das ist einfach unmöglich wir müssen spike factories bauen sonst geht das nicht leute ohne die spike factory ist das hier sinnfrei es ist ärgerlich so schwierig leute so schwierig was ist wenn ich das gleichbau hier das haben wir schon mal probiert und das hat jetzt nicht so viel gebracht hier das ist das ist noch dümmer als wir das andere weil er zu langsam ist er ist zu langsam einfach scheiße wir kriegen es nicht hin ich weiß nicht wie das schaffen soll leute so ein scheiß treck so ein elender gegen stahl bluns hilft auch nicht wirklich was das kriegen wir hin das ist jetzt nicht das problem das passt aber danach wird schwierig was kann man gegen stahl bluns machen gut man könnte jetzt zu einen hier nehmen statt das back factory probieren wir es mal so man muss ein bisschen durchprobieren wer nicht probiert der nicht gewinnt das ganz einfach so der soll nur auf dem stärksten gehen dann probieren wir es mal so das funktioniert aber auch nicht so wirklich hier gut gegen stahl bluns habe ich jetzt zumindest was so dann bauen wir nur einen zweiten von denen hier versuchen wir es mal so das ist zwar nicht die beste variante aber ok von jemand ziemlich viele leben so so geht es auch nicht leute wird es nur weiter probieren aber es wird nichts werden so uns fehlt einfach die power das ist das problem so und den hier upgraden ja gut vielleicht wird es was es sieht ja nicht mal so schlecht gerade aus das muss man schon sagen am anfang ist vielleicht ein bisschen blöder aber dafür geht es jetzt umso besser ne so was ich aber brauche ist der da jetzt damit wir hier diese dieses rechte upgrade hier zusammenkriegen so ist der schön abgegradet ja wie sieht es mit dir aus du brauchst nur ein upgrade mehr range wir brauchen hier das rechte gegen die kam und flachs für die nächste runde dann bauen wir noch so einen hier wir verlieren zwar sehr viel leben aber das heißt ja nicht dass wir es nicht schaffen leute ne das heißt nur dass wir viel leben verlieren so dann brauche ich jetzt wirklich noch eine spike factory hier schaden kann sie ja nicht ja und jetzt werden dann nachher die bosse kommen da müssen wir uns darauf vorbereiten ich nehme das linke upgrade hier und ich werde noch so einen nehmen wir werden hier einfach noch mehr wir werden die zu spämen mit tower ich bin davon überzeugt dass das die lösung ist leute einfach tower ohne ende ich werde jetzt diese taktik probieren mal schauen was da rauskommt also scheint ganz gut zu funktionieren das muss man auch sagen das nehmen wir noch so nächste runde kommen ja die bosse das heißt ein paar boss upgrades wären jetzt nicht schlecht so hammer dann nehmen wir vielleicht den dann noch mit seiner rakete hier das ist auch nicht das schlechterste der welt erkläre ein paar davon ja die bosse sind noch gar nicht da die kommen erst aber es sieht nicht so schlecht aus so dann werden wir das hier upgraden so und wie gesagt gegen bosse brauche ich jetzt was immer schön auf dem stärksten wir brauchen einfach nur was gegen bosse und dann läuft es so wo haben wir ein plätzchen für dich komm irgendwo wird der platz sein für dich das wird jetzt schwierig aber wir haben noch genug leben dass wir daraus was machen können nur die bosse müssen weg also wir können das original nur schaffen leute hätte ich jetzt nicht gedacht als nächstes werden wir da das auge machen das ist allgemein gut und dann wenn man super monkey nehmen also sieht ja nicht mal so schlecht aus das muss man sagen es sieht eigentlich ganz gut aus hier werden wir mal die rechte seite nehmen zum aktivieren sag das mal oh jetzt habe ich es verkehrt gemacht scheiße letzte wave dummerweise habe ich das jetzt genommen das ist verkehrt gewesen das sollte man nicht machen das habe ich falsch gemacht so dann bauen wir hier noch eine specfactory linke seite jo das zum aktivieren kommt dann das ist jetzt lustig hier aber immerhin wir haben es soweit geschafft das ist so ganz falsch ist das nicht was wir hier machen aber jetzt ist es vorbei das ist too much aber schlecht haben wir es nicht mal gemacht also die taktik hier war jetzt schon besser das dumme ist nur ich weiß jetzt nicht genau wie wir es gemacht haben ich glaube den am anfang hier wir könnten auch probieren das da zu bauen so ein geschütz hier das geht nämlich auch gegen stahl bloß ne aber das ist halt teuer für den anfang ne egal wie man es macht man macht es falsch ne leute scheiße vielleicht doch das supermanke upgrade ja wir haben ja viel zur verfügung hier man muss halt nur bissl ja managen was nehme ich für den anfang ich glaube die taktik hier die wir haben ist ja nicht mal so schlecht mit dem da so probieren wir es einfach nochmal so schnell es geht ihm die tower geben so das ist in ordnung und jetzt müssen wir halt warten 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 was anderes können wir nicht machen jo bisschen schlechter stehen wir da als sonst aber sonst geht es eigentlich dann die nagelfactory komm 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 beziehungsweise statt der nagelfactory glaube ich hab mal vorher den da den 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 affenpionier äh den bluenhäcksler ich glaube der war so gesehen besser naja probieren wir das nochmal der ist nicht mal so schlecht rechte seite dass er ordentlich sorgt immer schön auf dem stärksten ja jetzt habe ich mich verhaut weil ich nichts gegen stahlblunt habe so eine scheiße so eine elende verfluchter kackdreckiger man was ist wenn ich den von ganz am anfang nehme probieren wir es mal ganz lustig leute machen wir es doch mal so mal schauen wie das funktioniert das funktioniert überhaupt nicht naja das geht beschissen ach egal wie man es macht es ist verkehrt das geht mal am piss das ist eine deppen mission ey boah es gibt nur eine einzige strategie und da muss man erst drauf kommen das ist richtig scheiße gemachte weil woher soll man es wissen es ist ein glücksfaktor das ganze ne so leute haben wir es jetzt versuchen wir es mit diesem blöden häcksler wieder also da wird man schnell demotiviert es ist zwar lustig aber fast nicht schaffbar wir waren vorher mal in der 13er mission aber wer weiß ob man die nun mal sehen werden so jetzt probieren wir das hier nochmal der soll auf dem stärksten gehen irgendwie musste der scheiß hier machbar sein das gibt es doch nicht so grundsätzlich falsch ist das hier jetzt nicht Stahlblut kann ich saugen das ist jetzt nicht mehr mein problem und jetzt ist die Spike Factory dran weil die hilft nämlich schon noch da wollte ich gerade dieses Spike Factory hin du dummer Dauer da wollte ich gerade dieses Spike Factory hin du dummer Dauer so jetzt da ausbauen boah bis die hier upgraden wir verlieren hier Leben ohne Ende aber okay es ist noch immer schaffbar so jetzt haben wir es hier jetzt geht keiner mehr durch so wir haben zwar wenig Leben aber dafür stehen wir bilde ich mir jetzt einen nicht so schlecht da das müsste gehen ich brauche hier noch zwei mal so ein Ding ein wir machen mehr Nägel also andere Nägel nicht mehr Nägel so den wollte ich sowieso in die rechte Seite upgraden aber da fehlt mir die Kohle also ich muss sagen im Moment läuft es nicht so gut die Strategie was ich jetzt habe die ist jetzt nicht so der Burner ein zweiter von denen da der muss auf jeden Fall her das habe ich schon gesehen sonst wird das nichts so und jetzt können wir weitermachen wir werden jetzt die upgraden man verliert doch sehr schnell Leben also das mit die 300 das ist schon so eine Sache die hat man ganz schnell los so jetzt müssen wir die upgraden und dann den da beziehungsweise vorher nur das da jetzt können wir langsamer dann sind nämlich die Upgrades hier günstiger so jetzt läuft es so halbwegs wir haben schon sehr wenig Leben aber so halbwegs läuft es ich brauche jetzt hier die rechte Seite hier die dicken Spikes können wir nur vorerst nehmen so dann nehmen wir hier gut was wir vorher hatten was so gut funktioniert hat war mehr von diesen Tauern hier das hätte ich gleich machen sollen das habe ich jetzt vergessen ich stümper ja wir verlieren viel zu viele Leben so wir probieren das jetzt hier durch es muss ohne Probleme hier gehen jetzt so dann bauen wir den ein hier wir machen aus dem Lotter Boss Upgrades viel Damage ist ja da aber noch zu wenig hier muss abgegradet werden nur schnell wir machen wieder mal einen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zock Andi von Gameplay Deluxe Tschüss Whiszus yes wir 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 mit Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020